Ich begrüße euch zu meinem ersten Rückblick-Video aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute will ich euch die ersten 10 Videos aus dieser Reihe nochmal ins Gedächtnis rufen. Da auch Sondervideos in der Reihe dazwischen geschoben wurden, ist die Nummernangabe der Videos von der Produktionszahl abweichend. Es fing damals an mit dem Thema Lobbyismus. In diesem Video habe ich euch erklärt, was Lobbyismus ist, welchen Sinn er hat und wie er mittlerweile missbraucht wird. Zudem, weil unseriöser Lobbyismus nur auf fehlende Qualifikation von Abgeordneten in den Parlamenten zurückzuführen ist und was dagegen gemacht werden kann. Der Link zu dem Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Eine Woche später kam dann das Thema Parteiensystem. In sozialen Netzwerken kommt es in den letzten Monaten vermehrt vor, dass Personen meinen, man müsse Parteien vollständig abschaffen. Meiner Ansicht nach eine zu kurz gedachte Forderung. Die Begründung finden Sie in meinem Video zum Parteiensystem. Der Link ist ebenfalls unten in der Videobeschreibung. So kurz nach Eröffnung der Themenreihe kam dann schon das erste Sondervideo. In dem Video geht es um Angela Merkel, ihre politische Biografie und die möglicherweise geplante teuflische Agenda dieser Politikdarstellerin. Das Video mit dem Thema Institution Ehe sollte verdeutlichen, dass der Schutz der Ehe zu wichtig ist, um ihn zu verwässern durch die übertriebene Toleranz von unnatürlichen Lebensmodellen. Bargeld bedeutet Freiheit. Wenn uns das Bargeld genommen wird, sind wir so gläsern, dass die Freiheit nur noch in unserer Erinnerung einen Platz finden könnte. In dem Video behandle ich die Wichtigkeit, das Bargeld zu erhalten und nicht durch bargeldlose und digitale Zahlmethoden zu ersetzen. Eine Ergänzung mit bargeldlosen Zahlsystemen steht dem Erhalt des Bargeldes nichts im Wege. Es sollte nur jeder die freie Wahl haben. Alle Videos, die ich hier bespreche, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Danach habe ich mich an ein kontroverses Thema gewagt, welches ich persönlich besonders wichtig finde. Das Thema Organspende. Das Video dient nicht dazu, jemanden davon abzuraten oder dafür zu werben, aber es soll, gemäß der Videoreihe, zum Nachdenken anregen und dazu führen, dass sich jeder damit auseinandersetzt. Mein Leib- und Magenthema, wieso ich überhaupt angefangen habe, mich politisch zu engagieren, ist die direkte Demokratie. Weiter geht es mit dem Thema Künstliche Intelligenz. Technische Innovation soll uns helfen, unser Leben zu vereinfachen. Es soll uns unter keinen Umständen in eine Abhängigkeit versetzen, dass wir ohne die technischen Möglichkeiten handlungsunfähig sind. An vielen Stellen ist es bereits zu spät. In dem Video mache ich darauf aufmerksam und warne inständig vor autonomer Technologie in Gefahrenbereichen wie dem Straßenverkehr. Als pflegebedürftiger Mensch liegt mir das Thema Pflege sehr am Herzen. Schon aus eigenem Interesse. Politiker, welche Entscheidungen zum Thema Pflege treffen, haben oftmals mit dem Thema nichts zu tun. Sie sehen im Grunde nur durch einen Tunnelblick, dass mehr Pflegekräfte benötigt werden. Der Mangel an Pflegekräften macht es allerdings auch unmöglich, dass existierende Pflegekräfte die Perspektive des Pflegebedürftigen erkennen können. In meinem Video zum Thema Pflege biete ich die Perspektive des Betroffenen, nicht von Außenstehenden. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und das letzte und zehnte Video, welches ich hier im Rückblick behandle, ist das Video Linke Gefahr. Es hat sich eingebürgert, dass politisch links etwas Gutes sei und rechts immer etwas Schlechtes. Tatsache ist, dass es Extremisten auf beiden Seiten gibt und Extremismus jedweder Ausrichtung ist abzulehnen. Durch diese Schubladenansicht wird die Gefahr von links oftmals unterschätzt. In dem Video zur Linken Gefahr will ich auf die oft ausgeblendete und viel gefährlichere Seite, nämlich links, hinweisen. Das waren die ersten 10 Videos, welche ich in der Reihe Denkmal drüber nach erstellt habe und euch in Erinnerung rufen will. Alle Links zu diesen 10 Videos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Über einen Daumen hoch dieses Videos und alle auf unten verlinken, würde ich mich sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert einfach meinen Kanal. Jede Woche kommt ein weiteres Video aus der Reihe Denkmal drüber nach. Bitte teilt das Video mit euren Freunden. Ich würde mich freuen, mit euch über politische und gesellschaftliche Themen diskutieren zu können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.